So Freunde, es gibt wieder ein Gratis-Item, da müsst ihr aber ein bisschen schnell sein, denn ihr habt einmal heute die Chance, morgen nochmal die Chance und dann nochmal nächste Woche Freitag und Samstag die Chance da drauf. Ist da eigentlich sehr nice, ihr braucht nicht viel machen, ist aber auch nicht für alle. Wir gehen mal kurz durch, was ihr machen müsst und wer das Ganze bekommen kann. Dafür gehen wir einmal kurz auf Wettkampf und zwar hier, seht ihr schon, in 8 Stunden der Playstation Cup. Ist, müsste also nur für Playstation-User sein, ich hab, ich mach immer über Playstation, deswegen kann ich's nicht austesten, ob's auf Xbox und so funktioniert, aber es heißt Playstation Cup, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass ihr eine Playstation haben müsst. So, ähm, wann geht das Ganze? Heute Abend um 19 Uhr fängt es hier an, 19 bis 22 Uhr habt ihr Zeit. So, dann habt ihr nochmal Zeit am Freitag nächste Woche, den 22. März ebenfalls von 19 bis 22 Uhr das Spray zu bekommen und falls ihr hier es unter die Top 50 in Europa schafft, dann könnt ihr hier nochmal komplett um geisteskrank viel Preisgeld spielen. Ne, also das lohnt sich auf jeden Fall hier. Top 100 bekommt dann 100 Euro sogar noch oder 100 Dollar besser gesagt. Ähm, ja, aber wir wollen natürlich hier einmal das Item, weil das bekommen natürlich die Leute schon eher als hier das Preisgeld. Ähm, wollen wir uns angucken. Zudem noch ebenfalls hier am Samstag, also morgen könnt ihr das Ganze nochmal machen und dann nächste Woche Samstag am 23, dann habt ihr ebenfalls nochmal die Chance. Das Ganze im Bauen-Modus, heute dann im Null-Bauen-Modus. Ich denke mal, das ist Solo. Genau, Solo-Turnier ist es dort ebenfalls. So, was gibt es nun und was müsst ihr machen? Ganz einfach, wir müssen erstmal den Bronze-Rang erreicht haben in Null-Bauen-Modus. Deswegen, falls ihr das jetzt noch nicht habt, dann macht das auf jeden Fall, dass ihr das morgen habt, dann könnt ihr nämlich morgen bei dem Cup mitspielen. So, was wir machen können, also es gibt zwei Qualifikationen, ich hatte euch das gezeigt hier kurz, ne. Es gibt die beiden Qualifikationen, heute und nächste Woche und dann hier ist quasi das Finale. Dass ihr wisst hier, diese Daten, ne, nicht jedes Mal das Spray, sondern nur hier, die ersten beiden, da bekommt ihr das Spray gratis und hier gibt es dann Preisgeld. So, und dazu auch schon zu dem Gratis-Item, das ist nämlich das Spray. Ihr habt ja vielleicht schon gelesen, das Schokominz-Ghul-Spray bekommt man da. Und Sprays finde ich an sich nicht so nice, wenn man die gratis bekommt, aber dieses Spray ist richtig, richtig nice. Und ich zeige euch das mal kurz, dafür gehe ich mal einmal ganz schnell hier auf meinen Desktop drauf. So, einen Moment, wo ist er? Hier ist er, perfekt. So, wir gehen mal kurz drauf. Das ist das Spray. Ich muss sagen, ich finde das schon echt nice. Jetzt, Gull Trooper gibt es eh nicht viele Sprays von und das hat wirklich einiges. Also das ist eins der besten Sprays, die es überhaupt gibt, wie ich finde. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall zeigen, dass sich das schon hier wirklich lohnt, da mitzumachen, weil, klar, ist dann gratis, könnt ihr bekommen. Und was müsst ihr jetzt letztendlich machen? Ihr müsst hier 25 Punkte erreichen für dieses Spray. Ich kann nochmal kein wegmachen, dann sieht es jeder. So, ihr seht es hier, 25 Punkte für das Spray. Könnt ihr das alles selber nochmal nachlesen hier in Fortnite selber. Und, ähm, ja, 13 Jahre müsst ihr halt sein Zweifel aktiviert haben und Kontolevel 15 erreicht haben. Wenn ihr euch fragt, was ist Kontolevel, seht ihr bei Karriere, äh, unten links ist es jetzt. Ich bin jetzt Level 4077. So, das kurz dazu. Ähm, ja, Info vielleicht noch. 25 Punkte braucht ihr, macht es am besten über Platzierung. Platz 20 versuchen zu erreichen, indem ihr einfach, wenn ihr nicht gut seid, einfach kämmt. 9 Punkte, macht ihr 3 Mal, habt ihr direkt euer Spray hier voll. Das dazu, würde ich sagen, das war's für den Video. Hol euch das auf jeden Fall, falls ihr eh mitzocken wollt. Äh, ist eigentlich ganz nice immer. Playstation-Spieler nur im Cup. Von daher, ja, spielt ihr auf jeden Fall mit. Später kommt noch ein XP-Trick, ähm, für euch, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wurde letztendlich auch gefragt. Von daher, ja, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.